Grüß euch ihr Lieben und Willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Max und das ist mein Kollege Manfred. Leute, ich konnte jetzt die letzten Tage ein bisschen in den neuen Battle Pass reingucken und ich muss euch ein was sagen. Er ist verrückt, das haben wir schon festgestellt, aber es gibt einen Operator, den ihr bitte niemals spielen solltet und zwar den Clown. Dieser Typ ist sowas von unheimlich, ich habe selber überhaupt keinen Bock, den mal auf dem Spielfeld zu treffen. Da schießt er entweder vor Schreck oder lässt vor Schreck die Waffe fallen, weil du einen Schockstarre verfälzt. Deswegen bitte spielt niemals diesen Operator, ich finde es einfach nur... Ich habe mich natürlich ausgerüstet und passend dazu auch die F.A.A. Wenser, die auch im Battle Pass mit dabei ist. Die kann man relativ früh freispielen und die ist natürlich super passend, zumindest optisch, zu dem Clown. Als Secondary noch die Lachwenn-MP, zeitlos, zeitlos. Und mit den beiden Waffen bin ich mal rein und guck mal, wie die Leute so reagieren, wenn ich mit Krusty, dem Clown, vorbeischnippe. Na dann mal ab in die Clowns-Party. Ach, das sieht so random aus, Alter. Naja, kommen sie schon wieder mit runter, alle, ne? Alles, was Rang an Namen hat. Kohle, 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 Kohle. Okay, oben ist einer. Da habe ich gerochen. Ah, guck mal, da hat sie mir schon ein Geschenk hingelegt, der Arsch. Wobei, ist dich versteckt? Auf dem Dach wahrscheinlich, hä? Ja, war klar. Oh, Entschuldigung. Okay, ich gehe mal zum Lallert. Hier in der Ecke. Oh, Risiko. Ich muss schon wieder eine Drohne holen eigentlich gleich. Was ist denn hier los? Oder wird es jetzt schon wieder ein bisschen neblig? Ich mache das Treppchen hoch und gucke mal von oben, was hier abgeht. Ein bisschen Übersicht gewinnen und dadurch dann auftrumpfen. Gut, ich bin doch ein Clown. Ich bin gruselig. Die wollen einfach mich abschießen, weil die Schiss haben. Was ist denn hier los? Danke. Übelst gruselig. Der ist ja noch gruseliger als der Clown gewesen, Alter. Wie gruselig kann man sein? Dieser Skin, die habe ich letztens schon gesehen. Da kriege ich noch Gänsehaut. Hallo. Ach, die ist schon geil so, die FR-Wanser so. Minibox. Könnte ich nachher nochmal nehmen eigentlich, ne? Jetzt könnte ich mir doch mal ein Dröhnchen holen hier, glaube ich. Kohle ist auf jeden Fall da. Wo ist denn die Küchte? Ich erkläre noch eine. Hallo. Was denn jetzt? Oh, ich bin wieder gehangen, Alter. Gibt es doch gar nicht. So, Drohne, zeig mal was. Ey, ist nicht so viel. Ey, da sind drei in meinem Haus da oben, oder was? Guckt euch das an? Ja, jetzt muss noch zwei. Okay. Die räumen gegenseitig auf. Das finde ich gut. Ich komme jetzt mal hier vorbeigeschossen, ne? Guten Morgen. Wie sieht es aus? Sind ja nicht alle hin? Ah. Da ist nicht versteckt, Günther. Schnell Platten rein. Nachladen, bitte. Boah, in dem Moment habe ich die Waffe gewechselt. Oh, aber trotzdem noch gekriegt, Alter, mein Herz. Wie bitte? Du musst Panzerplatten reinhauen. Panzer, ich will mal Panzerknacker sagen irgendwie, aber Panzerplatten meine ich. Ist noch eine, oder? Ja, klar, bist du da, Alter. Steh da vor der Tür, wie der Türsteher vom Club. Geil, macht aber lauter. Oh, Loadout. Stimmt, ich habe hier mein Ereignis gekauft. Die könnte ich mir mein Loadout jetzt noch mal grabben. Grab die hee, grab die nahe. Wenn ich nicht abgeschossen werde, wird es cool. Zack, die bum. Und zack. Dann rennen wir mal hier rüber. Machen wir weiter, was ich sagen, oder? Warum pfeffern die denn so viel hier Prezis und Mörsers hier irgendwie? Ich habe doch einen gehört, okay. Die Party geht auf jeden Fall ab hier. Ich flieg mal hier mitten durchs Gewinne. Ein bisschen raus hier. Ja, ne, aber hat noch gereicht. Hier fliegt was rum. Ich höre, ist das irgendeine Bombendrohne oder eine normale Drohne? Irgendwas verdrohtes auf jeden Fall. So, ich will noch eine Runde jetzt nochmal auf Ashika spielen. So ist die Klasse jetzt, finde ich, ziemlich geil. Ich will es aber jetzt nochmal mit Visier ausprobieren. Bielen, wo ist denn hier das Visier? Was ist das ja am Markt? Hm, was nehmen wir dafür weg? Ich nehme mal den Ripper weg. Das Visier rein. Ich glaube, ich bin irgendwie falsch gelandet. Ich habe nur kurz aus dem Spiel rausgetappt. Ich habe da schnell was nachgucken wollte und gehe wieder ins Spiel. Und bin ich auf einmal im Wasser. Gut, sag mal, wo bin ich denn? Am Arsch der Welt. Oh geil, wir haben auch Schwimmen. In ein Schiff. Ey, geil. Hallo, mein Freund. Bist du noch nie gefahren? Tschüssi. Und direkt mal die Leute, was hier abgeht. Fechster kommt. Das zappen du es da, du. Geilster Kill. Da war er geschockt. Und da war er geschockt. So, diese gruseligen Skins. So, ich habe jetzt nochmal Slowdout. Geld habe ich zusammen. Denn ich möchte umdenken nochmal die FR-Avancer. Ach, der Name. Ich möchte nochmal mit Visier spielen. Ich bin zwar gar nicht immer so Odengeil. Okay. Ja, ich will aber die eigentliche Dings spielen. Nicht nur noch mal einen MP. Doch, die ist halt einfach zeitlos, zeitlos. Ich dachte ganz kurz, das ist so eine aufblasbare Puppe. War ja so regungslos. Da stand er irgendwie. Er war gerade den Gedanken versunken wahrscheinlich. Schnacki rennt jetzt, Alter. Messer. Unverzichtbar. Dem renne ich hinterher. Ach, Schildboy. Okay. Wer hat mir auch immer geholfen? Dankeschön. Das war Teamplay. Ich wusste, dass einer da drin sitzt. Ist immer noch der von vorhin. Geil, mit Visier. Ist natürlich auch geil. Ich muss sagen, es fetzt auch. Wo? Ich muss fliehen. Wow. Das war Adrenalin gerade. So, weiter geht's. Habe ich mir noch eine frische Gasmaske geholt. Und ein paar Drohne Rinos. Werde raus. Komm ich nochmal ans Lodau zum Schluss, ne? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Aber ich kann es probieren. Geld fürs Lodau. Hätte ich aber tatsächlich nochmal, ne? Kann ich es noch holen? Schaffe ich es noch? Schaffe ich es noch? Und da wissen die Leute auch, wo ich bin. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Du Arsch. Okay, jetzt ist das Finale hier. Cool. Habe ich noch genug Munition? Ja. Zwei. Okay. Wo ist der Letzter? Na, wo bist du? Ja. Ah, von hinten der Wicke. Da ist uns sicher, Alter. Schade. Danke, liebe. Das war's für den heutigen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Für euch noch ein Däumchen, für mich ein Träumchen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Also bleibt gesund, benehmt euch und hauut roll. Tschüss. 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 Tschüss.